Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 6. April. Grüne Sittiche sorgen in Wiesbaden für Ärger, Wiesbadener Restaurant, Ente, verteidigt Michelin Stern und die Lufthansa bringt eine neue Airline an den Start. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Sie sind zwar hübsch, sorgen aber in Wiesbaden für Ärger, grüne Sittiche. In Wiesbaden tummeln sich etwa 5000 von ihnen. Das schlägt sich nicht nur im hohen Vogeldreckaufkommen unter den Schlafbäumen wie etwa am Kaiserfriedrichplatz nieder. Für Verärgerung bei Hausbesitzern sorgen die als Bruthöhlen genutzten Löcher in der Fassadendämmung. Vor allem Landwirte sind von der Vorliebe der Sittiche für Obstbäume betroffen. Ralf Schab vom Hof Erbenheim verzeichnet einen hohen wirtschaftlichen Schaden. Denn Sittiche knabbern nicht nur gern am Holz, sondern mögen auch Früchte. Vor allem in den Streuobstwiesen seien die Sittiche in nahezu allen Apfel-, Kirsch- und Birnenbäumen anzutreffen. Und wie reagiert die Stadt auf die Sittiche? Gar nicht. Das Grünflächenamt führt keine Maßnahmen zur Bestandsregulierung durch, da diese nach wissenschaftlichen Erkenntnissen derzeit nicht erforderlich seien. Im Falle der Wiesbadener Amtsärzte, die homosexuelle Paare bei der Adoption von Kindern diskriminiert haben sollen, wird eine Reaktion der Stadt erwartet. Stefan Löwer, Kreisvorsitzender der Lesben und Schwulen in der Union, beschreibt die Vorgänge als Skandal und fordert Konsequenzen. Gleich vier gleichgeschlechtliche Paare seien im vergangenen Jahr von einer Amtsärztin und einem Amtsarzt falsch begutachtet worden. Ihnen seien Krankheiten und gesundheitliche Einschränkungen unterstellt, die sie nicht haben, heißt es weiter. Die LSU fordert nun die Verantwortlichen in der Stadt auf, dienstrechtliche Maßnahmen zu prüfen und die entsprechenden Konsequenzen daraus abzuleiten. Löwer weist auf die eindeutige Gesetzeslage hin. Lesbische und schwule Paare dürfen seit 2017 gemeinsam Kinder adoptieren. Leider gebe es nach wie vor Menschen in unserem Land, die lesbischen oder schwulen Paaren die Eignung absprechen, Kinder liebevoll und in gesicherten wirtschaftlichen und sozialen Verhältnissen aufzuziehen. Zum 44. Mal in Folge hat das Wiesbadener Restaurant Ente den Michelin-Stern erhalten. Dabei ist der letzte Erfolg der Ente im Hotel Nassauer Hof gar nicht lange her. Erst im Februar stand die Ente auf der besten Liste des Feinschmäcker-Gurmet-Magazins. Dabei wurden die 500 besten Restaurants Deutschlands gekürt. Küchenchef Michael Kammermeier bezeichnet seine Küche als inspiriert vom Geschmack der Welt, abgesehen von der Antarktis. Die individuellen und saisonal unterschiedlichen Flugrouten in ferne Länder seien seine Inspirationsquelle für Aromen und Kombinationen. Auf der Karte steht aktuell beispielsweise Jungschweinebauch und Feuergras mit karamellisiertem Räucheraal, eingelegten Aprikosen und Spitzkohl, Pilzgyosa mit Sellerie und Perigortrüffel oder rosa gebratenes Kalbsherz und Brezenkruste mit grünem Spargel, Senfkörnern, Bärlauchknospen und schwarzem Knoblauch. Künstliche Intelligenz als Hilfsbademeister klingt komisch, in Wiesbaden und München wird das aber bereits erprobt, um herauszufinden, ob mit der KI die Sicherheit für Badegäste erhöht werden kann. Auch im Nordbad in Darmstadt ist ein Versuch im Laufe des Jahres geplant. In Wiesbaden wird das Innenbecken im Frei- und Hallenbad-Kleinfältchen von vier Kameras an der Decke überwacht. Wird beispielsweise ein Schwimmer bewusstlos und sinkt nach unten, beginnt die Smartwatch nach einiger Zeit zu vibrieren und warnt die Aufsicht mit einem Piepston. Die Sicherheitskameras detektieren die Bewegungen im Wasser. Sie erfassen jedoch keine Echtbilder einzelner Personen und somit auch keine Gesichter. Die von den Kameras erfassten Bilder werden in Vektordaten umgerechnet, aus denen wiederum Bewegungsmuster abgeleitet werden. Die Aufnahmen werden danach sofort gelöscht. Für eine Welt ohne Krieg, Militär und Gewalt Unter diesem Leitsatz findet am Kasamstag der Mainz-Wiesbadener Ostermarsch in Mainz statt. Gestartet wird um 10.30 Uhr am Mainzer Hauptbahnhof. Über Münsterplatz, Große Bleiche und Flachsmarktstraße wird dann zum Leichhof gelaufen. Etwa um 12.30 Uhr wird dort eine Abschlusskundgebung gehalten. Organisiert wird der Ostermarsch von der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen Mainz-Wiesbaden. Auch in diesem Jahr steht der Ostermarsch wieder im Zeichen des Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Lufthansa bringt eine neue Airline an den Start. Diese soll vor allem Kurz- und Mittelstrecken bedienen. Die City Airlines sollen nicht nur europäische Ziele ansteuern, sondern auch den Zubringerverkehr für die Drehkreuze Frankfurt und München übernehmen. Die Kernmarke Lufthansa könnte damit mittelfristig zur Langstrecken-Airline schrumpfen. Abheben soll die neue Tochter im Sommer, rechtzeitig, wenn Ende Juni 2023 die Friedenspflicht mit den in der Vereinigung Cockpit organisierten Piloten endet. Streiks wären damit in den Sommerferien wieder möglich. Die Gewerkschaft UFO kritisiert das Vorhaben, denn mit einer neuen Konzerntochter wäre wieder die Umgehung der Tarifverträge möglich. Nach den bisherigen Plänen sollen für die neue Airline die niedrigeren Tarife der bestehenden Lufthansa-Tochter CityLine gelten. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf wiesbadener-kurier.de Gude Wiesbaden ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM